Das Schild hilft. Hier unten ist nochmal Redstone. Relativ easy zu holen. Wir haben jetzt auch das ganze Level verloren. Suboptimal. So. Kommen wir den. Wir haben scheinbar... Ne, Taschen haben wir nicht voll. Es sah gerade nur so aus, als ob. Oha. Ganz schön viel Lava, würde ich mal sagen. Ui, haben wir Diamant gefunden? Ich glaube wir haben Diamant gefunden. Äh, wo war der denn nochmal? So, hier ist jetzt erstmal noch Gold. Tatsächlich ein bisschen Anspannung hier jetzt. So knapp da an der Klippe. Das sieht noch jemand aus, ja. So. 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 Nice. Oha. Und wie viele direkt. Krass. Das ist nice. Nice. Sehr cool. Nice. Oh ne, geh weg. Alter, wo kommen denn die ganzen Viecher jetzt hier her? Alter, jetzt kommen hier aber richtig viele. Alter Verwalter. Ja, komm, ruhig mal her. Ban, Ban, Ban. Wo kamen die denn jetzt her? also hier unten ist ganz schön hartes pflaster ganz schön hartes pflaster so zehn diamanten haben wir glaube ich glaube ich würde mir hier mal ein diamantenschwert rausnehmen oder so eine spitzhacke vielleicht wobei da brauchen wir jetzt erstmal alles nicht packen wir hier nochmal alles rein haben wir da alles safe und hoffen dass wir noch ein bisschen mehr finden und da kommt wieder so ein kleiner scheiße ja 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 Das heißt, wir kriegen auch wieder eine Kartoffel daraus, oder? Oder nicht? Natürlich. Nichts bekommen. Schade. So, und langsam, aber sicher geht uns auch das Brot aus. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass wir das Zeug wieder kriegen würden, aber da hätten wir, glaube ich, nicht schlafen dürfen vorher, bevor wir hier sind. Dann hätten wir es bestimmt wieder gekriegt, unser Zeug. Oh, hier sind echt viele Flieger. Aber auch viele Rohstoffe. Oh, wie viel Eisen hier ist schon wieder. Apropos. Wer denn mal vom Teufel spricht? Gold. Nice. So. 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 Eskeletowicz Mit dem Schild erstmal ein paar Schläge abwarten und dann feuerfrei beziehungsweise Pfeile abwarten zu rum. Outsch. Da kommen ganz schön viele Zombies vorbei. Ah, da ist noch ein Creeper. Okay. Autsch. Warum auch immer der jetzt ausgelöst hat. Aber naja gut. Die sind jetzt nicht so arg getroffen. Zum Glück. Ah, da oben ist noch mal eine. Die hingen da zumindest. Unten sind noch ein paar Skelettis. Skelettis mit Stilettis. Oh, da ist auch noch was Schönes drin. Aber hier haben wir noch mal ein bisschen Eisen. So, ich sollte auch gleich nochmal zurückgehen. Und die Sachen in die Kiste packen. Damit wir da einfach safe sind. Nehmen wir gerade mal die Chance. Und hier ist jetzt auch erstmal einigermaßen ausgeleuchtet. Das heißt, ich sollte jetzt hier auch nicht mehr so viele Dinger spawnen. Hier noch. Hier noch. Komm, wir haben es ja. So, zack. Zack, 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 zack. Oder, warte mal, wenn wir jagen. Mal das Eisen hier schon mal eben durch. Hm, da ist der nächste Zombie. Der kam jetzt wahrscheinlich genauso wie diese Oktopusse von da oben runter gedingelt. Ja, das ist doch gerade ein bisschen gekaspert. Ja, komm. Ganz schön viele Viecher sind hier. Ja, guck mal, da eben vom Creeper da weg. Ach, jetzt. Ne, jetzt immer noch ist das ein-skaliert hier. Gut. Warum ist nochmal ein Enderman? Da hinten. Aber lieber Enderman, ich habe es mir anders überlegt. Ich habe es mir anders überlegt. Ist okay. Lass es mir nicht machen tun. Eure Änderlichkeit. Eure Unveränderlichkeit. Oh, Creeper. Oopsy, baby. Oopsy, baby. Geh weg.